Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer strafreien Loot-Tour bei Seven Days to Die. Was hast du für eine Ansage gemacht heute? Ja, ich wollte gerade und dann hast du da, also hast du nicht natürlich Menschen hingerichtet. Zivilbürger, die nicht infiziert waren. In das Haus wollte ich, glaube ich. In das Grüne? Ja, oder nicht? Ah, sieht aus wie von reichen Leuten. Ich meine, das ist ganz schön hoch, das Gebäude, ne? Da könnte man mal gucken. Können wir mal kicken. Da können wir mal kicken, können wir mal da. Ist vielleicht der ein oder andere Schätzchen vergraben. Ein Hühnchen läuft hier rum. Oh, da waren das Bauern. Oh, jetzt ist es weg. So ist. Da drin ist eine Werkbank. Ja, habe ich gesehen. Äh, Forte Dingsbums, hier. Oh, 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 oh. Ja. Du hast nix gesagt von Fortune Dingsbums. Ne, war nicht. Oh. War kein Fortune Dingsbums drinnen. Aber ich will doch Fortune Dingsbums haben. Wollen wir hier hochgehen? Dachte, wir gehen rein. Ne, hier ist ne Lampe. Ja, und was hat das mit der Lampe hier zu tun? Das ist bestimmt ein geheimer Weg hier. Und das zeigt die Lampe an, oder was? Ja, die zeigt den Weg zum Hauptdude. Echt? Ja. Das wusste ich nicht. Oder verarscht mich jetzt? Nein, ehrlich. Das hatten wir auch in der ersten Staffel. Fahr mal im Kommentar. Hier musst du aufpassen. Hier sind Minen. Hier war ich schon mal. Hier war gar nicht so gut. Na, hier waren wir beide schon mal. Ja. Ist hier noch was hinter? Oh ja, ne Treppe nach unten. Okay, wir müssen hier einmal die Sachen wegräumen. Kannst du schon rein? Da ist noch Brechseln drin, ne? Ich weiß nicht, ob du dir... Ja, ich brech auch gleich wieder. Ich bin zu fett. Ich pass hier unten nicht durch. Duck dich. Ich... Ich... Also, ich bin geduckt. Ja, große Leute-Probleme, ne? Große Leute-Probleme. Das hast du davon, wenn du jetzt zwei Meter... Oh! Jetzt gehen wir doch wieder nach draußen, oder nicht? Wieso ist jetzt hier Holz? Oh, weil es ein Geheimwagen ist. Jetzt geht, Dicker. Ich komme sonst nicht vorwärts hier. Ich bin nicht, Dick. Und ist auch eine Form. Irgendwer hat's gehört? Oh! Es tut mir so leid, Leute, hier. Haben wir, haben wir, Jasmin, das haben wir. Haben wir geregelt, haben wir das. Wie im Regelwerk. Oh, Bücherstaffel. Watch it. Ach, der ist süchtig, ey. Byring. Was ist das hier? Saucern Farming. Kein Geld für Samen. Erfahre, wie du Samen aus deinen Essensresten gewinnst. Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Samen. Äh. Ja. Cool. Kein Forge-Ahead. So, hier war ja eben... Hier ist noch ein Stufe-1-Helm. Ja, den hab ich schon gesehen. Oh, hier, Bücherregal. Ach. Bin da. Papier. Ich geh wieder weg. Hier ist noch. Schatz. Ja, 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 ja. Oh, ein Bücherregal. Äh, da oben steht er. Hier. Oh, ich hänge. Irgendwo fest. Ich will meinen Steinfall wieder haben. Danke. Aber hier waren wir doch schon mal, ne? Ja. Bin ich der Meinung, äh... Ja. Schade, dass ich nicht schubsen kann. Ich ste... Was? Was bist du für ein Mensch? Wir sind zu zweit in der Zombie-Apokalypse. Wollen überleben. Und du willst mich absichtlich hier runterschubsen, dass ich mir was breche? Ja. Ja. Hier war noch ne Tür. Ich wusste es doch. Wo bist denn du? Hm. Runter? Wie du es wolltest? Ja, da hinten sind die. Da gibt es ein Glas. Da bei dir. Ja, stimmt. Hehe, hallo. Hi. Na? Wie schaut's aus? Da ist noch Kleber drin, wenn du willst. Weißt du Kleber... Ja, Kleber hattest du ja oben auf dem Schrank im Karton. Ey, die hat schon wieder Hunger. Die isst die ganze Zeit... Jetzt weiß ich nicht, war da jetzt noch was? War jetzt hier ein bisschen irritiert gerade. Ist noch Kürbissamen? Die ist verschlossen hier. Äh, ich hab noch Dietrich hier. Ich kann die gleich aufmachen. War doch nur so ne kleine Tür. Ach so. Ich dachte, du hast da ein Safe oder so. Medikamente, Honig. Oh. Oh, Honig ist geil. Scheiße. Komm mal her, bitte. Ich kann Tabletten nicht nehmen. Ja, ich auch nicht. Bin voll. Okay, dann mach ich das so. Ich hab hier noch Großvaters Moonshine. Geil. Und eine Kartoffel. Und ein Kürbis. Ja, dann muss das hier leider weichen. Kann man das Fleisch mal auch nehmen nehmen. Hat er. Der komische Dude. So, ich hab hier mal einen Durchgang gemacht, Jasmin. Ja. Äh, dann würde ich sagen, müsste man vielleicht erstmal die Sachen wegbringen, wenn wir hier eh nix mehr mitnehmen können. Dabei. Ich will nur gucken, was du nicht mitnehmen konntest. Äh, Papier. Das hab ich schon reingepackt jetzt bei mir. Ja, ich dachte, da hab ich dann was. Äh, hier geht's noch einmal runter. Wollen wir da noch zumindest einmal gucken? Das, was wir haben, noch mitnehmen? Hab ich gar nicht gesehen, ey. Müssen wir aber nicht. Na, wo bleiben sie denn? Einer müsste ja hier hinter sein. Ach nee, hier ist sie. Hä? Pro Welle? Hallo? Aber ich wollte eigentlich T-Seite hier gehen. Sind hier furchteinflößende Gestalten? Hallo? Das ist ja aber so out-circled, wa? Äh. Da haben wir hier noch ein paar Püncher für mich. Müll vielleicht? Achso, warte. Die Nägel kann ich noch klein machen. Zement kann ich nicht mitnehmen. Äh. Lehm und Zement. Lumpen kann ich auch nicht mitnehmen. Hier ist nur eine Heidelbeer-Pflanze. Ach so. Ich denke, hä, was ist mit dieser Tür los? Äh. Waren wir hier schon? Nee. Voll die Bar, ey. Oh, voll geil. Oh, das machen wir zu Hause auch. Da war was. Komisches Geräusch diesmal, aber... Warte mal, ich muss mal eben meine Axt reparieren. Jo, 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 ich bin ja da. Jo, fertig. Du kriegst von mir eine Schaufel. Und dann kannst du das unterm Haus auch buddeln. Ja. Das will ich haben, das ist cool. Uuuuh. Entschuldige mich bitte, ich muss hier rein. Hier sind noch Waffenteile, ich kann die nicht mitnehmen. Ja, toll. Und hier sind noch, äh, Eisenpfeile. Weg damit. Ja, äh. Zwei. Das ist... Okay, das kann ich mitnehmen. Du kannst ja noch mal die anderen Kisten durchgucken. Hey, hab ich das schon. Na, hier diesen Koffer, der da ist. Ich bin auch volle, volle Lundziele. Vielleicht kannst du ja, vielleicht passt ja irgendwas davon. Nee. Okay. Aber das Buch kannst du lernen. Ja, das hab ich gemacht. Das ist gut. Stell dir vor. Roll mit Bildung. Hm, sexy. Solange sie nie erfahren, dass sie Rechte haben. Der auch noch in Gang? Ja, hier geht's noch weiter, hier unten. Äh, ja, ich komm gleich wieder runter. Da ist noch ein Rucksack. Ey, scheiße. Hey, ich hab doch dieses Adrenalin. Ja, aber ich bin trotzdem dann voll. Steroide. Ja, mein Herr. Oh, Waffenkiste. So ein Rucksack. Ui, was ist das? Furious Fist. Fast and Furious. Ey. Äh, hier ist noch Totengräber-Mod. Mhm. Kann ich die nicht auf meine Dings machen? Auf deine Schaufel. Ja. Schau mal. Dafür müsste ich nochmal kurz was wegpacken. Was mache ich denn jetzt weg hier? Oh, ich esse jetzt was, weil sie eh Hunger hat. Lebensmittelaufnahme. Was für eine Verschwendung. Ich komm hier nicht mehr raus. So, und dann hab ich nochmal Schrotflinten-Munition hier. Oh, ich hab Schrotflinten-Munition. Hier. Hier, bist du da? Ja, ja, ja. Oh, da hat sie doch gelohnt, die Hütte, wa? Das war schon geil. Jetzt ist nur noch die Frage, wie viel Bildung fehlt mir? Drei. Ich brauch noch drei Bildungen, Jasmin. Dann bin ich schlau. Da gibt's einiges an Bildung. Ich kann mal den Arm tanzen. Wo ist der denn jetzt schon wieder der? Ich bin wieder einen höher gegangen. Draußen ist, äh, draußen läuft jemand rum. Ja, höre ich. Mein Gott. Ekelhaft. Ja. Schämen solltest du dich schämen. Erfst auch. Oh, es regnet. Das wird der Ernte gut tun. Wollen wir erst mal die Sachen wegbringen? Ja. Dann warum packst du nicht ein paar Sachen in dein Fahrrad? Na, wenn wir jetzt nicht zusätzlich looten, dann brauch ich das ja nicht, ne? Warst du an dem Briefkasten schon? Weiß ich nicht. Ja, da ist das Buch drin, was du dir mal angucken sollst. Ich dachte, das wär mein Buch. Ich dachte, das wär Forgedings. Nein, das ist das, was ich schon hab, aber du das nochmal angucken solltest. Guck mal, die Kadaver von der Straße. Wie kann man so gutes Fleisch noch liegen lassen? Ja. So. Ja. Drei Buch fehlen mir. Ja, wie soll? Drei Bücher noch und dann bin ich gebildet. Dann bin ich schlau genug, um einen Zementmischer zu bauen. Na denn, FFN. So. sind wir ja sogar schon wieder zu hause also einmal taschen leer machen gleich noch mal losstratzen oder was hast du dir gedacht dann werde ich den händler gleich mal besuchen vielleicht hat er ja mein geht dann fahr ich schon mal nach hause mache die taschen lerne wie das aussah ein fahrrad ja wieder aufgestiegen bist du bin auf den aufsteigender mensch also komisches aufsteigen halt ja ich bin halt aufgestiegen munition die ich nicht brauche gehen wir mal den anderen kram durchdosen getränke zutaten das nicht ich kann nur auf drei die 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 das nicht ich kann nur auf drei stecken so dann haben wir das weg haben wir hier die Händlerkiste für Übersicht sorgen. Das war's schon. So. Jetzt haben wir noch Eisen. Das sind alles Waffenteile. Schießpulver hat er wieder nicht ausgesetzt. Äh, aber... Das kann da rein. Kleidungs-Mod haben wir jetzt nicht, ne? Nee. Schade. Für ne Mod? Äh, ne Kleidungs-Mod, damit man hätte die Klamotten aufwerten können für dem Händler. Damit der mehr Geld zahlt. So. Okay, gleich hinab. Okay, dann haben wir oben. Auto. Ähm... Wenn man da nur so Klamotten-Mod reinmacht. Warte mal. 89. 89. Bleib bei 89. Bleib bei 89. Ne, dann bin ich auch zu geil, sich dem Händler die Farbe anzubieten, ne? Das... Klebeband. So, Klebeband. Oh Gott. Jetzt fängt das langsam an, dass die Kisten sehr groß werden. Ja, Patrick. Ja, Patrick. 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 Wo ist denn der... Da. Wo ist denn der da? Er ist da. Na, wo ist er denn da? So, weg da, Diggi. Gut, Diggi. Gut, Diggi. Der kann da mit rein. Kohle. Der kann da nicht mit rein. Blei ist unten. Das bleibt hier. Das kommt da hinten hin. Das können wir abkochen. Und das nehmen wir mit. Tjo. Samen. Abkochen. Sollte auch passen. Das sollte auch passen. Äh, bleiben und... Ah. Mein Auge juckt, mein Auge juckt. Musste kratzen. Mit einer Gabel. Ja, ich dachte mit dem Messer. Ey, das kannst du nicht machen. Viel zu gefährlich mit dem Messer. Da hast du zu wenig Feingefühl drin. So, ich düse mal los zu Händler Rack. Der alte Hinterhändler, ne? Der alte Hund. Der Haudegen. Der Haudegen. Der alte Haudegen. Mal gucken, was der Cooles für mich hat. Ja. Wo warnt der nochmal? Äh... Ach. Ja. Der Feier, das Ausrufezeichen da. Nee, nee. Nicht Ausrufezeichen. Der hat so einen Stand. Hä? Aber der zeigt doch auch das an. Nee, bei mir nicht. Hä? Mhm. Ah, vielleicht habe ich doch gerade einen Denkfehler. Ein Hühnchen. Ja. Plattgefahren, die Sau. Na. Ich, 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 ich meine... Oh nein. Oh. Das ist mir vorgelaufen. Ich konnte absolut nichts mehr tun. Schade drum. Das arme Hühnchen. Äh. Ah. Toll. Jetzt muss ich wieder eine Marke von den anonymen Veganern abgeben. Meine Fünfjahresmarke. Hm. Muss ich denn jetzt viel lang? Gottes Willen. Das ist der Baumarkt. Da wollte ich auch mal reingucken. Schon lange. Ich sehe das manchmal, wenn ich beim Händler weg bin. Ja, wir haben so viele Kochtöpfe, ey. Bin ich hier irgendwie im Drive-In. So. Boah. 180. Hier Baumarkt fahre ich gleich hin. So weit ich Reck gefunden habe. Ach, hier ist die Burgerbude. Da wäre noch ein Huhn gewesen. Ich müsste bei Gelegenheit auch mal mein Fahrrad reparieren. Das hat nur noch 42%. So. Vielleicht auch nur 32%. Ich bin mir da. Ich will mich da nicht festnageln. Du fragst mich nicht, wie das passiert ist. Nee, ich frage lieber nicht. Das hast du recht. Ich kann es nicht reparieren. Wieso kann ich das nicht reparieren? Los, gleich komm. Ich habe das. Brauche ich dafür. Vielleicht mit Eisen? Ich habe ja kein Eisen dabei. Naja, dann gucken wir später mal. Erstmal gehe ich jetzt zu Reck Pete. Moin, mein Guter. Hast du, habe ich schon irgendwelche coolen Aufgaben bei dir? Hier, gib mir mal irgendwas in der Nähe. So. Und jetzt. Hör auf. Ich gehe mit mehr Kunden wie du. Ja, ja. Ich will nur einmal in Reinschepanierung. So, jetzt kannst du von mir abkaufen. Das. 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 So, mein Gut, da. Mehr habe ich leider nicht für dich. Das gibt für mich jetzt aber schon mal 9.259 Shetons. So, was haben wir denn hier? Können wir hier irgendwas geiles kaufen? Sausern Farming. Homecooking. Bauhandler. Explosive. Medical. Handbuch. Glückliche Sammler. Wasserfeder. Kochtopf. Kochbrill. HI-Rakete. Power Munition. Schei. Na. Scheibenkleister. Er hat nicht das, was ich haben will. Aber der Baumarkt muss das doch haben, oder? Bestimmt. Baumarkt. Ja. Ja. Ach, du behandelst mich wie Dreck, du. Alter. Schelm, du. Ja, jetzt, damit muss er erstmal klarkommen, was ich jetzt gerade ihn an den Kopf geworfen habe, ne? Da kann er sich mal Gedanken drüber machen, wenn er so mit mir umgeht. So. Äh, Baumarkt. Auch, dass sie hier versucht haben, von hier drüber zu kommen, zu uns, ey. Für den Baumarkt muss ich vorbei am Daycare, ne? Ich kam von da. Okay. Oder war ich nochmal abgebogen? Ich mach mal abgebogen. Was ist denn das für ein Deutsch? Oder, oder war ich einst nochmal am Abbiegen gewesen? Haben die hier aber kaputt gemacht, du. Ach ne, hier ist der Baumarkt. Ja, du bist wieder bei Instandhaltungsmaßnahmen. Hä, ich bin gerade drüben in dem Haus. Ach, Mist. Ich hab noch einen Helm dabei. Ein paar Fallenleihe aufbauen, ein paar Löcher bauen hier. So. 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 Heilige Mutter Maria und Josef. Das kam jetzt aber tatsächlich unerwartet. Gammelfleisch. Hm. Jammel, jammel. Wollen wir uns mal den Aufenthaltsraum hier angucken, wa? Ich hätt's nicht gebraucht, aber ich hab's gewollt. So. Schranke unberührt. Mühlfleisch. Oh, ein Kochbuch. Ja, wenn Jasmin nur hier wäre, um das zu lernen. Aber sie chillt ja lieber zu Hause. Oh, irgendwas geht schon wieder an meine... Was, ich chill. Ich mach hier, äh... Nödsinn. Nee, das ist ein bisschen schwieriger, damit die ja nicht... Aber keine, äh, nicht, nicht im Grundstück irgendwie Löcher buddeln, ne? Ich will gucken, dass ich die irgendwie alle zukriege. Hä, ich mach da das Haus kaputt. Nee, ich mein, äh... Ich würde vorhin was sagt, deswegen Löcher machen. Ja, hier im Haus. Ich will nämlich schauen, dass ich alle Löcher zukriege im Rasen, damit sie sich nicht von unterwärts wieder reinbuddeln. Der Baumarkt hat nur Schrott, Jasmin. Also wenn's bei mir in den Taschen eng wird, weiß ich schon, was ich wegschmeiße. Ah, siehste. Hier ist nix geiles. So wie Bücher oder so. Uh, Kartoffelsamen. Geil. Bildsporen. Ich denke, das ist ein Baumarkt. Ich denke, das ist ein Baumarkt. Ich mache meine Ausdauer hier. Ich hab hier den Burning Man. Und was? Korrigiere, ich hatte hier den Burning Man. Festival-Stimmung im Baumarkt. Oh, äh, äh. Er hat noch verbrannte Freunde. Geh weg. War jetzt nicht so wild. Hm, ich sehe schon den Haupt-Ach, du Kacke. Den Haupt-Ach, du Kacke? Ah, der hat mir voll eine verpasst, Jasmin. Voll eine verpasst. Ja. Mann, ist hier Trubel. So, äh, hier ist eine Schräge. Ich kann die hoch. Warum ist das gut? Nö. Kann ich so das abbauen hier. Wie voll bin ich? Äh. Nächstes Mal vielleicht. So. Missing. Äh. Hm, schön, schön. Oh, Jasmin, weißt du, was ich gerade gefunden habe? Nö. Zwei Plastik. Cool. Plastik, Jasmin. Plastik. Und davon noch zwei. Sag mal, was ist denn hier los? Schon wieder Mucke? Wo kommen die denn alle her? Ja. Diese krassen Beats für zwei Zombies? Finde ich ein bisschen übertrieben, aber okay. Ich nehm's hin. Irgendwo läuft hier noch einer. Erfindet sich. Oh Gott. Äh. Ich glaube, ich habe hier Gewitterfliegen drin. Die nerven auch. Die ist ja ganz schön wieder. Boah, es sind doch mega viele, ne? Gehst du einmal raus, zack, bist schwarz. Hm. Dabei habe ich nicht mal gelbe Sachen an. Naja, also. Orange. Oh, ich kriege Hunger. So, dieser Baumarkt ist doch das letzte hier. Gibt es nicht das, was ich brauche? Jetzt dürfen die es eigentlich dann nicht mehr so einfach haben, da hoch zu springen. Ich habe jetzt schon keinen Platz mehr in den Taschen hier, ne? Ich habe gerade mal den halben Baumarkt. Nö. Oh, der Aufenthaltsraum, da war ich schon. Ich habe gerade mal den halben Baumarkt. Oh, hier ist sogar noch ein Gartenabteil, Jasmin. Oh. 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 Ach. Oh. Oh. Das war nicht viel. Ich komme zurecht. Mach dir keine Sorgen um mich, Jasmin. Ich werde heilig nach Hause kommen. Du brauchst nicht weinen. Ich werde für immer bei dir sein. Oh mein Gott. Höre ich da eine leise Träne die Wange runterlaufen? Nö. Ich werde für immer bei dir sein. Nein. Bitte nicht. Tu mir das nicht an. Was habe ich nur falsch gemacht? Ja, genau das. Falsch getan. Was habe ich nur falsch getan? Das dürfte jetzt eigentlich nicht mehr so einfach sein, dass die da bei uns rüber sprechen. Ich kann das ganze gute Papier nicht mitnehmen. und das Benzin auch nicht. Ich will nichts beschwören, aber ich glaube, hier drinne kriege ich gleich noch die Arschkarte. Nein. Oh ja. Oh ja. Oh ja. ich muss nachladen. Ich bin in der Sackgasse und ich bin mega langsam. Scheiße. Wieso ist der beim Nachladen so verdammt langsam? Okay, das überhebe ich bis dato. Lass dieses Krabbeln sein. Nee, nicht du. Du kannst natürlich krabbeln wie du möchtest. Ich habe kein Erste-Hilfe-Kit. Oh, Gottes Willen. Also beim Nachladen, ne? Wenn ich dabei rückwärts gehe, bin ich so langsam, dass ich vorwärtskomme. So. Kleinen Moment, das sieht jetzt für mich aus wie eine Falle. Mhm. Ja. Sonst ist hier nichts, außer die ganzen Säcke. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass hier so das ein oder andere Buch auf mich wartet. Das ist hier die ganze Zeit. Wow. Der ganze Aufriss dafür, das kann nicht der Hauptblut sein hier. Hier war so eine Action für eine Werkzeugkiste, wo Formen drin sind. Bauformen. Aber ich hatte doch auch was anderes gesehen, oder? Habe ich hier nicht noch irgendwie was mit einer erschlossenen Kiste? Oh, du Gottes Willen. Oh Gott, oh Gott. Wendetür verschlossen. Warte mal. Von der Seite ist das auch. Hm. Das ist der reinste Urgarten, ne? Hier, hinter dem Tor. Aber wie komme ich da rein? So. Und. Das ist ein Bits. 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 Vielleicht ja auch über diesen Raum. Ist das hier extra? Da habe ich eigentlich hier einen Kürbis zu nehmen. Ja, gut. Der muss ich doch durch die Wand gehen. Hehe. Geh durch die Wand. Mit dem Kürbis durch die Wand. Wie ein Magier. Ja. Haben wir noch was Ausdauer steigerndes? Wir haben noch Bier. Hm. Ist auch geil. Hm. Ich habe jetzt voll Bock mich zu raufen. Hä, ich habe doch hier diese großen Palmen mitgenommen. Warum kriege ich denn jetzt nur diese kleinen Dinger? Äh, musst du eher gedrückt halten. Das ist wie mit dem Bauform. Ich bin jetzt am Dekorieren. Ich bin jetzt am Dekorieren. Hä? Ach, ich hatte hier gerade Besuch. Er hat genau gesehen, dass ich gerade keine Zeit habe. Äh, Wasser an minus 3. Das ist hier natürlich nicht so schön, ne? So. Äh, wo waren wir stehen geblieben? So. Kommt nicht durch ein Block durch. Ist aber schöner Blum. Kann ich eigentlich auch so krabbeln? Nee. Nee. Ja, gut. Nützt ja alles nix, ne? So. Ich glaube hinter der Wand ist Spannung. Spannung? Ja, da läuft irgendwer durch den Müll durch. Ich wette, der hebt ihn nicht mehr auf. Da, du alte Schlampe. Nicht so. Nice. Ja, super. Wird verschmutzen und so was. Ist ne Schwester oben auf dem Dach. So. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Je nachdem muss ich gleich das Fahrrad hier aufstellen. Äh, Säure. Ja. Ich muss das Fahrrad hier aufstellen. Äh. Da. So. So. Was können wir denn da reinschmeißen? Jetrons ist immer gut, ne? Denn, äh, die Helme. Ich muss das pausieren, so. Ich muss das aufhalten. Okay. So. Säure. Meins. Oh, 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 oh. Und der diminished. Oh. Oh, oh. Ich bin tot, Jasmin. Ich bin voll tot. Komm schon, Katzen! Ich will die Katze ausflippen. Ich hatte gerade eine Katze hier. Eine menschliche. Ich hatte gerade einen Nervenzusammenbruch. Einen psychischen. Das ist so unfair. Ja, ein Nervenzusammenbruch ist doch immer psychisch. Nein, kann auch körperlich sein. Ja gut, dann müssen wir mal in der nächsten Folge wohl meinen Rucksack wiederholen. Und den Hauptblut. Definitiv den Hauptblut. Und dann nehmen wir Jasmin mit. Und dann wird er aufgeräumt. Sie kommt mit. Ob sie gut kommt oder nicht, sehen wir morgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.